Hallo zusammen, ich möchte euch etwas wirklich Unglaubliches zeigen. Dies scheint wie eine ganz normale Geldbörse auszusehen. Und das ist sie auch. Aber drinnen befindet sich mein neuer Ezio Tan. Sogar kleiner als meine Geldbörse. Seine handliche Größe macht ihn ebenso unentbehrlich im täglichen Gebrauch wie auch als verlässlicher Partner unterwegs. Aber man sollte diesen kleinen optischen Tan-Generator nicht nur nach seiner Größe bewerten. Obwohl er die kleinste Alternative am Markt ist, ist der Ezio Tan zudem noch unglaublich schnell. Schaut euch nur das an, ich bekomme das Ergebnis in 0, nix. Wenn die Tan angezeigt wird, kann ich die clevere Zoom-Funktionalität nutzen mit einem einzigen Knopfdruck. Jetzt kann ich meine Tan mitnehmen, wo immer ich bin. Dank des Schemelto Ezio Tan. Bitte, dass er ampunhaft gibt. Ja, ich bin ich, dassser überlasse ich, deangebel Cortésuarettoznefil. Es gibt auch deine Sahelto摸 Westreflexy, Wir warten mal ja. damit auch einen Nachsch patents. поч沒enzieren.